Vorleser.net Leidenschaftlich Literarisch Casanova und die Kunst der Verführung Nanetta und Martina Nach Venedig zurückgekehrt erhielt ich einen Brief von Herrn Rosa. Er bat mich namens der Frau Orio, sie zu besuchen. Da ich sicher war, Angela nicht bei Ihnen zu finden, ging ich am selben Abend hin. Und die beiden liebenswürdigen Schwestern verscheuchten durch ihre Fröhlichkeit die Scham, die ich empfand, nach zwei Monaten wieder vor ihnen zu erscheinen. Meine These und mein Doktorexamen mussten als Entschuldigungen bei Frau Orio gelten, die mir nichts anderes vorzuwerfen hatte, als dass ich sie nicht mehr besuchte. Als ich fortging, übergab Nanetta mir einen Brief, der einen anderen von Angela enthielt. Er lautete, wenn Sie den Mut haben, noch eine Nacht mit mir zu verbringen, werden Sie sich nicht zu beklagen haben, denn ich liebe sie und wünsche aus ihrem eigenen Munde zu erfahren, ob sie mich noch weiterhin geliebt haben würden, wenn ich eingewilligt hätte, mich verächtlich zu machen. Der Brief Nanettas, die von den Mädchen die einzige war, die Geist hatte, lautete folgendermaßen. Da Herr Rosa sich erboten hat, sie zu einem neuen Besuch bei uns zu veranlassen, so halte ich diesen Brief bereit, um Ihnen mitzuteilen, dass Angela über ihren Verlust in Verzweiflung ist. Ich gebe zu, dass die Nacht, die sie mit uns verbrachten, grausam war, aber mir scheint, Sie hätten deshalb doch nicht den Entschluss fassen dürfen, nicht mehr zu uns zu kommen, zumindest hätten Sie Frau Orio besuchen können. Wenn Sie Angela noch lieben, so rate ich Ihnen, riskieren Sie noch eine Nacht. Vielleicht wird sie sich rechtfertigen und die Sache wird zu ihrer Zufriedenheit enden, also kommen Sie, leben Sie wohl. Diese beiden Briefe erfreuten mich, denn sie eröffneten mir die angenehme Aussicht, mich an Angela durch die kälteste Verachtung rächen zu können. Am nächsten Festtage begab ich mich daher zu den Damen mit zwei Flaschen Zyperwein und einer geräucherten Zunge in der Tasche. Zu meiner großen Überraschung fand ich jedoch meine Grausame nicht anwesend. Nanetta brachte geschickt das Gespräch auf sie und sagte mir, Angela habe am Morgen in der Kirche zu ihr gesagt, sie könne erst zum Abendessen kommen. Hierauf rechnend nahm ich Frau Orios Einladung zum Essen nicht an, sondern entfernte mich wie das erste Mal, kurz bevor sie sich zu Tisch setzten und begab mich nach dem verabredeten Ort. Ich konnte es kaum erwarten, die Rolle zu spielen, die ich mir genau überlegt hatte, denn ich war überzeugt, dass Angela, selbst wenn sie sich zu einem anderen Verhalten entschlossen hätte, mir doch nur leichte Gunstbezeigungen gewähren würde, und solche wollte ich nicht mehr. Ich fühlte mich nur noch von einem heftigen Verlangen nach Rache beherrscht. Drei Viertelstunden später höre ich die Haustür verschließen, und bald sehe ich Nanetta und Martina vor mir erscheinen. Wo ist denn Angela? fragte ich Nanetta. Sie muss verhindert worden sein, zu kommen, ja, sogar uns Mitteilung zu machen, und doch muss sie überzeugt sein, dass sie hier sind. Sie glaubt, mich angeführt zu haben, und ich war allerdings hierauf nicht gefasst, im Übrigen kennen sie sie jetzt. Sie macht sich über mich lustig, sie triumphiert. Sie hat sich ihrer bedient, um mich in die Falle zu locken, und dazu kann sie sich gratulieren, denn wäre sie gekommen, so hätte ich mich über sie lustig gemacht. Oh, daran gestatten Sie mir doch zu zweifeln. Zweifeln Sie nicht daran, schöne Nanetta. Sie werden davon überzeugt werden durch die angenehme Nacht, die wir ohne sie verbringen werden. Das kann ich sagen, dass Sie als geistvoller Mann sich mit einem Missgeschick abzufinden wissen. Aber Sie werden sich hier ins Bett legen, und wir beide schlafen auf dem Kanapé im Nebenzimmer. Daran werde ich Sie nicht hindern. Aber wenn Sie das täten, würden Sie mir einen sehr hässlichen Streich spielen. Übrigens werde ich mich nicht zu Bett legen. Was? Sie würden es über sich gewinnen, sieben Stunden mit uns allein zu verbringen? Nein? Ich bin überzeugt, wenn Sie nichts mehr zu sagen wissen, werden Sie einschlafen. Das werden wir sehen. Einstweilen will ich mein Essen auspacken. Würden Sie so grausam sein, mich allein essen zu lassen? Haben Sie Brot? Ja, und wir werden nicht grausam sein. Wir werden zum zweiten Mal mit Ihnen zu Abend essen. In Sie hätte ich mich verlieben müssen. Sagen Sie mir, schöne Nanetta, wenn ich in Sie so verliebt wäre wie in Angela, würden Sie mich unglücklich machen wie diese? Glauben Sie wirklich, dass eine solche Frage zulässig sei? Nur ein Gag kann Sie stellen. Ich kann Ihnen weiter nichts sagen als, ich weiß nichts davon. Schnell legten Sie drei Gedecke auf und brachten mit fröhlichem Lachen Brot, Parmesankäse und Wasser. Dann gingen Sie ans Werk. Der Zyperwein, den Sie nicht gewöhnt waren, stieg Ihnen zu Kopf und Ihre Lustigkeit wurde entzückend. Wie ich Sie so sah, war ich erstaunt, dass ich Ihre Vorzüge nicht früher zu würdigen gewusst hatte. Nach unserem köstlichen kleinen Abendessen setzte ich mich zwischen die beiden, ergriff ihre Hände, die ich an die Lippen führte, und fragte sie, ob sie meine wahren Freundinnen seien und ob sie nicht die unwürdige Art und Weise missbilligten, wie Angela mich behandelt hätte. Sie antworteten mir wie aus einem Munde, sie hätten meinetwegen Tränen vergossen. So gestatten Sie denn, rief ich aus, dass ich Ihnen die Zärtlichkeit eines Bruders entgegenbringe und teilen Sie sie, wie wenn Sie meine Schwestern wären. Geben wir uns in der Unschuld unserer Herzen Pfänder dafür und schwören wir uns ewige Treue. Der erste Kuss, den ich Ihnen gab, war frei von verliebtem Gefühl und jedem Wunsch, sie zu verführen. Die beiden Mädchen versicherten mir einige Tage später, sie hätten meine Küsse nur erwidert, um mich zu überzeugen, dass sie meine ehrenwerten, brüderlichen Gefühle teilten. Aber diese unschuldigen Küsse entzündeten sehr bald in uns eine Feuersbrunst, über die wir sehr erstaunt sein mussten. Denn einige Augenblicke später hielten wir inne und sahen uns ganz überrascht und mit sehr ernsten Gesichtern an. Ich bin recht glücklich, sagte ich zu Ihnen, dass ich für Sie nur freundschaftliche Gefühle empfinde. Denn sonst würde ich in großer Verlegenheit sein, wie ich mit Ihnen die Nacht verbringen wollte, ohne in Versuchung zu geraten, Ihnen Beweise meiner Zärtlichkeit zu liefern und von Ihnen solche zu empfangen. Denn Sie sind alle beide entzückend hübsch und ganz danach angetan, jedem Manne den Kopf zu verdrehen, den Sie instand setzen, Sie genauer kennen zu lernen. Während ich in ähnlichem Sinne noch weitersprach, tat ich, als bekäme ich Lust zu schlafen. Nanetta bemerkte es zuerst und sagte mir, machen Sie nur keine Umstände, legen Sie sich zu Bett, wir gehen ins andere Zimmer und schlafen auf dem Kanapé. Ich würde mir selber als ein erbärmlicher Mensch vorkommen, wenn ich das täte. Wir wollen weiter plaudern, meine Müdigkeit wird vorübergehen. Es tut mir nur um Ihretwegen leid, legen Sie sich ins Bett, meine reizenden Freundinnen, ich werde ins Nebenzimmer gehen. Wenn Sie Angst vor mir haben, so schließen Sie sich ein. Aber Sie würden mir Unrecht tun, denn ich liebe Sie nur aus brüderlichem Herzen. Das werden wir niemals tun, rief Nanetta, aber lassen Sie sich überreden, schlafen Sie hier. In meinen Kleidern kann ich nicht schlafen. So ziehen Sie sich doch aus, wir werden nicht hinsehen. Davor habe ich keine Angst, aber ich könnte niemals einschlafen, wenn ich sehe, dass Sie um meinen Willen wachen müssten. Wir werden uns ebenfalls ins Bett legen, sagte Martina, aber ohne uns auszuziehen. Das ist ein Misstrauen, das eine Beleidigung für meine Ehrenhaftigkeit enthält, sagen Sie mir, Nanetta, oder ob Sie mich für einen ehrenhaften Menschen halten? Ja, gewiss, schön. Aber Sie müssen mich davon überzeugen. Legen Sie sich daher entkleidet neben mich und rechnen Sie auf mein Ehrenwort, dass ich Sie nicht berühren werde. Übrigens sind Sie zwei gegen einen. Was können Sie fürchten? Stände es Ihnen nicht frei, das Bett zu verlassen, sobald ich unartig werden sollte? Kurz und gut, wenn Sie nicht einwilligen, mir diesen Vertrauensbeweis zu geben, wenigstens sobald Sie mich eingeschlafen sehen, so werde ich mich nicht ins Bett legen. Hierauf schwieg ich und tat, als ob ich einschliefe. Nachdem Sie sich einen Augenblick leise besprochen hatten, sagte Martina mir, ich möchte nur zu Bett gehen. Sie würden mir folgen, sobald Sie mich eingeschlafen sehen. Nachdem auch Nanetta dieses Versprechen mir bestätigt hatte, wandte ich Ihnen den Rücken zu, kleidete mich aus und legte mich ins Bett, nachdem ich Ihnen gute Nacht gewünscht hatte. Sobald ich im Bette lag, tat ich, als ob ich einschliefe. Bald aber überfiel mich der Schlaf wirklich und ich wachte erst auf, als Sie sich zu mir legten. Ich legte mich auf die andere Seite, wie wenn ich wieder einschlafen wollte und blieb ruhig liegen, bis ich annehmen konnte, dass Sie eingeschlafen wären. Und wenn Sie noch nicht eingeschlafen waren, so konnten Sie doch so tun. Sie hatten mir den Rücken zugedreht und das Licht war ausgeblasen. Ich ging also aufs Gratewohl vor und wandte mich mit meinen ersten Huldigungen an die, die mir zurechten lag, ohne zu wissen, ob es Nanetta oder Martina war. Ich fand sie zusammengekauert und in das Hemd eingewickelt, das sie allein anbehalten hatte. Ohne Gewalt anzuwenden und ihre Schamhaftigkeit schonend, brachte ich sie allmählich so weit, dass sie sich für besiegt erklären musste und nichts Besseres tun konnte, als mich gewähren zu lassen und sich schlafen zu stellen. Bald wirkte auch die Natur in ihr und unterstützte mich. Ich gelangte zum Ziel. Meine Anstrengungen waren von vollem Erfolge gekrönt und es blieb mir kein Zweifel, dass ich die Erstlinge erhalten hatte, auf die wir vielleicht nur aus Vorurteil so hohen Wert legen. Entzückt einen Genuss gekostet zu haben, den ich in vollem Umfange selber jetzt zum ersten Mal kennengelernt hatte, verließ ich leise meine Schöne, um der Anderen einen neuen Tribut meiner Liebesglut darzubringen. Ich fand sie unbeweglich auf dem Rücken liegen, in der Stellung einer Person, die in einen tiefen, ruhigen Schlaf versunken ist. Vorsichtig, mich ihr nähernd, wie wenn ich sie aufzuwecken fürchtete, begann ich zunächst ihren Sinnen zu schmeicheln, wobei ich mich überzeugte, dass sie ebenso unberührt war wie ihre Schwester. Sobald ich aber an einer unwillkürlichen Bewegung gemerkt hatte, dass der Liebesgott die Gabe anzunehmen bereit war, begann ich das Opfer zu vollziehen. Da gab sie plötzlich dem lebhaften Gefühl nach, dass sie erregte, wie wenn sie es müde wäre, noch weiter Komödie zu spielen, schloss sie mich im Augenblick der Krise eng in ihre Arme, bedeckte mich mit Küssen, erwiderte meine Ekstase mit gleichen Verzückungen und die Liebe verschmolz unsere Seelen in gleicher Wolllust. An diesen Zeichen glaubte ich, Nanetta zu erkennen. Ich sagte es ihr. »Ja, ich bin's«, sagte sie, »und ich erkläre mich und meine Schwester für glücklich, wenn du ehrenhaft und treu bist. Bis in den Tod, meine Engel, und da alles, was wir getan haben, das Werk der Liebe ist, so sei unter uns von Angela nicht mehr die Rede.« Ich bat sie dann, aufzustehen und Kerzen anzuzünden, aber Martina sprang dienstwillig sofort aus dem Bett und ließ uns beisammen liegen. Als ich Nanetta vom Feuer der Liebe beseelt in meinen Armen hielt, während Martina eine Kerze in der Hand vor uns stand und mit ihren Blicken uns der Undankbarkeit zu bezichtigen schien, weil wir nichts sagten, während sie doch zuerst sich meinen Liebkosungen ergeben und dadurch ihre Schwester ermutigt hatte, es ihr nachzutun. Da fühlte ich mein ganzes Glück. »Stehen wir auf, meine Freundinnen«, rief ich aus, »und schwören uns ewige Freundschaft!« Sobald wir aufgestanden waren, machten wir uns gegenseitig Abwaschungen, über die sie herzlich lachten und bei denen unsere Begierden sich erneuerten. Dann aßen wir im Kostüm des goldenen Zeitalters, was wir von unserer Abendmahlzeit übrig gelassen hatten. Nachdem wir uns hunderterlei gesagt hatten, was nur die Liebe in der Trunkenheit der Sinne verdolmetschen darf, legten wir uns wieder zu Bett, und die köstlichste Nacht verging in gegenseitigen Bezeugungen unserer Glut. Nanetta empfing den letzten Beweis meiner Zärtlichkeit, denn da Frau Orio bereits in die Messe gegangen war, musste ich meinen Abschied beschleunigen. Ich gab ihnen noch einmal die Versicherung, dass sie in meinem Herzen alle Gefühle für Angela ausgelöscht hätten. In meiner Wohnung angekommen, legte ich mich zu Bett und tat den süßesten Schlaf, bis es Zeit zum Mittagessen war. Vorlesernet Klassiker der Literatur Klassiker der Literatur